Musik Sherlock Holmes, das Erbe des Bösen Teil 1. Die schreckliche Lieferung. Gelesen von Detlef Bierstadt. Nach dem Krieg in Afghanistan, der für mich lediglich Schrecken und Schmerz bereithielt, meinte es das Leben gut mit mir. Gerade so, als sei der Allmächtige auf einen Ausgleich dafür bedacht gewesen, was er mich hatte in diesen dunklen Stunden erleiden lassen. Kam ich ohne Freund oder Verwandte in London an, einzig auf den Sold angewiesen, den mir die Armee noch eine Weile zahlte, so änderte sich dies in den Jahren, in denen ich Sherlock Holmes bei seinen Fällen zur Seite stand. Auch nach dessen Weggang aus London blieben Freundschaften bestehen, die sich in jenen Jahren entwickelten. Lestrade etwa ist solch ein Freund, der mich regelmäßig besuchen kommt. Oder auch Stanley Hopkins. Ihm war, wie von Holmes prophezeit, eine große Karriere bei New Scotland Yard beschieden. Nach Holmes' Weggang war er es, an den sich seine Kollegen wandten, und meist löste er die Fälle zur Zufriedenheit aller. Als die Menschen begannen, ihn auch außerhalb seiner Tätigkeit als Chief Inspector zu konsultieren, verließ er den Yard und tat, was Holmes einst getan hatte. Unterstützt wurde er hierbei von einem ehemaligen Polizeiarzt namens James Danton, ein guter Freund von mir, der bei einer Partie Whist oder Rubber hin und wieder aus dem Nähkästchen plauderte. Da auch ich mich bei solchen Gelegenheiten an alte Fälle erinnerte, wurde es für unsere Mitspieler meist ein sehr unterhaltsamer Abend, auch wenn das Kartenspiel dann zur Nebensache wurde. Nach dem Tod meiner geliebten Mary hatte ich nicht damit gerechnet, noch einmal neues Glück zu finden. Mir war es, als sei ich dazu verdammt, den Lebensabend einsam in einem kleinen Haus irgendwo in London zu verleben. Doch auch in dieser Beziehung war mir das Glück hold, traf ich doch dank eines Falles eine wunderbare Frau, die, wie sie mir später sagte, bereits in den ersten Minuten ihr Herz an mich verlor. Betrete ich heute unser gemeinsames Haus, so bin ich alles andere als einsam und danke dem Schöpfer für seine Gnade, mir noch einmal spätes Glück beschert zu haben. Holmes, der sich nie sonderlich für Frauen interessiert hatte, verbrachte seinen Lebensabend im Kreise seiner Bienen. Familie, so hatte ich lange Zeit den Eindruck, nahm bei ihm ohnehin keinen hohen Stellenwert ein. Gewiss, hin und wieder kam sein Bruder Mycroft zu Besuch, doch nicht selten geschah dies nur deshalb, weil er Holmes um einen Gefallen bitten wollte. Oder aber, wir suchten den Diogenes-Club auf, um dort Mycroft zu treffen. Doch auch hier geschah dies meist aus beruflichen Gründen, denn als Mitarbeiter der Regierung verfügte Mycroft über Macht und Wissen, welches Holmes gelegentlich nutzte. Darüber hinaus jedoch konnte ich keine brüderliche Verbundenheit, keine familiäre Nähe oder gar Liebe zwischen beiden erkennen. Vielleicht hätte dieser Eindruck bis zum Ende Bestand gehabt, hätte sich nicht ein Fall ereignet, der meine Ansichten die Beziehung der beiden betreffend grundlegend änderte. Ursprünglich gedachte ich, diesen einen Fall niemals zu erwähnen. Er stach aufgrund von Holmes Nähe zu dem Opfer aus dem Reigen all der von mir geschilderten Fälle hervor, sodass wir uns dahingehend einig waren, den Fall ruhen zu lassen. Vermutlich wäre es dabei geblieben, hätten sich nicht vor ein paar Wochen Vorfälle ereignet, die eine Veröffentlichung notwendig machen. Der geneigte Hörer mag sich an die Artikel in verschiedenen Zeitungen erinnern, in denen ein gewisser Charles Peter Angerton behauptet, »Sein Vater sei kaltblütig und grausam durch mich vom Leben zum Tode befördert worden. Drahtzieher sei jedoch ohne Zweifel mein Freund Sherlock Holmes gewesen, da er mich zu der schändlichen Tat verleitet habe. Vielleicht habe Holmes zeigen wollen, dass jeder gestandene Gentleman mit einem Mord davonkommt, wenn er es nur richtig anstellt und als Opfer einen Mann weit unter sich auf der sozialen Leiter auswählt. Natürlich ist dies Humbug. Ja, ich habe geschossen, aber ich musste damit einem anderen Menschen das Leben retten. Ich versichere daher bei meiner Ehre, die Anschuldigungen sind aus der Luft gegriffen. Um dies zu beweisen, ist es daher meine Pflicht, die näheren Umstände zu beleuchten, die zum Tode des Mannes führten. Die ganze Geschichte begann, wie es einige der bemerkenswertesten Fälle taten, mit einem Telegramm. Mrs. Hudson überreichte es mir, da es sich eingebürgert hatte, dass ich all jene Post entgegennahm, die an uns beide adressiert war. War der Brief oder das Telegramm für Holmes von Interesse, so las ich es ihm vor. Wenn nicht, legte ich es ab oder übergab es den Flammen des Ofens, »Hören Sie nur, Holmes«, rief ich aus, nachdem ich den Text gelesen hatte. »Ihr Bruder Mycroft lädt uns zum Dinner in den Diogenes Club. Morgen Abend, 19 Uhr. Wir sollen pünktlich sein.« »Interessant«, sagte Holmes. »Offenbar ist es uns nicht vergönnt, den plötzlich errungenen Reichtum in Frieden zu genießen. Wie?« Ich stimmte ihm zu. Auch mich stimmte der Gedanke an den Scheck, welcher der Duke of Holderness wenige Tage zuvor ausgestellt hatte, noch immer froh. Auf meinem Konto lag nun mehr Geld, als ich jemals zu besitzen gehofft hatte. Ein hübsches Sümmchen, mit dem sich so manch ein Urlaub und auch die eine oder andere Anschaffung bestreiten ließen, ohne dass ich mir jemals wieder Sorgen um das Einkommen machen musste. Erst wenige Tage zuvor waren wir aus Mackleton zurückgekehrt. Sir Saltyre hatte jedem von uns einen Scheck über 6.000 Pfund ausgestellt, da wir seinen entführten Sohn nicht nur gefunden, sondern die Schuldigen auch hatten benennen können. Holmes besaß damit jenes Geld, welches er zur Verwirklichung seiner Pläne benötigte. Ein Haus im Grünen, eine kleine Bienenzucht und eine Haushälterin, die ihm das Leben dort erleichterte. All das plante er, und ich wusste, dass die längste Zeit unserer Partnerschaft bereits hinter uns lag. Ich selbst hatte noch keine Pläne, wie mit dem Geld zu verfahren sei. Es lag auf der Bank und würde mir ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Vielleicht dem einen oder anderen Freund medizinische Hilfe angedeihen lassen, sonst aber die wunderbare Stadt genießen, in der wir lebten. Ein Telegramm von Mycroft, das wusste ich, ohne über Holmes exzellente Fähigkeiten im Bereich der Deduktion zu verfügen, würde uns jedoch vorerst davon abhalten, dem Müßiggang zu frönen. »Schreibt er, worauf sich diese Einladung begründet?« fragte Holmes. »Schließlich ist mein Bruder nicht gerade für seine Geselligkeit bekannt.« »Er deutet lediglich an, dass er Geschäftliches zu besprechen wünsche. Details erwähnt er jedoch nicht.« Holmes nahm in seinem Sessel Platz und griff nach den Zeitungen. »Mal sehen, ob sich eine Staatskrise anbahnt, die wir mit unseren bescheidenen Kräften abzuwenden imstande sind.« »Ein in der Presse ungenanntes Regierungsmitglied steht im Verdacht, Geheimnisse an eine ausländische Macht verraten zu haben,« warf ich ein. »Wieso oft hatte ich die Zeitungen bereits gelesen und kannte die pikanten oder auch potenziell für uns interessanten Geschehnisse.« Holmes las die Zeitungen oftmals später oder, wenn ihn ein Fall beschäftigte, auch gar nicht. So kam es, dass ich ihm bereits mehrfach hatte Informationen liefern können, welche in den Zeitungen schon diskutiert wurden. »Glauben Sie, dass Mycroft darüber mit uns sprechen möchte? Er kann auf die Geheimpolizei zurückgreifen, falls er hierzu Informationen benötigt,« warf Holmes ein. »Damit haben Sie sicherlich recht, aber bedenken Sie, dass die Regierung nun schon mehrfach um unsere Hilfe bat. Wer weiß, was aus den Bruce-Partington-Papieren geworden wäre, hätte man sie nicht mit der Lösung des Falls betraut. Oder der Umschlag, der aus dem Depeschen-Koffer eines Ministers verschwand.« Holmes lächelte bei der Erinnerung an diese Episoden. »So gesehen haben Sie recht,« gab er zu. »Sonst noch etwas?« »Die Gräfin von Winslow beschuldigt einen gleichsam ungenannten Minister, sich ihr bei einem Ball ungebührlich genähert zu haben.« Holmes schnaubte. »Das dürfte keinesfalls etwas sein, womit sich mein Bruder befasst, und ganz sicher würde er uns deswegen nicht kontaktieren.« Ich dachte nach. »Dann bleibt nur noch die Affäre um den verschollenen Diamanten der Gräfin Augusta von Hohenheim.« »Augusta von Hohenheim?« fragte Holmes. »Eine Nichte des Königs von Böhmen. Sie ist derzeit Gast der Regierung und bewohnt einige Räume hier in Kensington.« »Das ist interessant,« sinnierte Holmes. »Möglich, dass Mycroft meinen Namen ins Spiel brachte. Beschuldigt die Gräfin ihren Gastgeber?« »Im Moment kann sich niemand einen Reim darauf machen, was genau geschehen ist,« erwiderte ich. »Der Diebstahl ereignete sich letzten Dienstag, also vor drei Tagen. Das Mädchen der Gräfin steht seit über zehn Jahren in deren Diensten und scheidet als Täterin wohl aus. Im Haus befanden sich zur Zeit des Diebstahls eine Köchin sowie ein Diener, beide mit bestem Läumund und schon lange in den Gästehäusern der Regierung tätig. Sie scheiden ebenfalls aus.« »Höchst bemerkenswert,« sinnierte Holmes. »Ich nehme an, Scotland Yard verfolgt noch keine Spur?« »Nein,« bestätigte ich. »Lestrade wurde aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit mit dem Fall betraut, ohne aber bisher einen Schritt weitergekommen zu sein.« Holmes legte zwei Finger an den Mund. »Das ist höchst interessant. Ich denke, wenn es um eine Affäre in Regierungskreisen geht, ist es das, worüber Mycroft mit uns sprechen möchte.« Er lächelte. Und dieses kalte, böse Lächeln galt nicht seinem Bruder, sondern jenem, der den Diamanten der Gräfin entwendet hatte. Der Diogenes-Club galt und dieses durchaus bemerkenswert, als Club der ungeselligsten Männer Londons. Er war all jenen vorbehalten, die das Clubleben schätzten, gleichzeitig jedoch keinen Kontakt zu anderen Mitgliedern suchten. In den weitläufigen Räumen des Clubs saßen die Mitglieder in hohen, bequemen Sesseln und gingen ihren Beschäftigungen nach, ohne dass auch nur ein Wort gesprochen wurde. Man konnte Stunden dort verbringen und einzig geflüsterte Aufforderungen an den Butler oder dessen Erwiderungen unterbrachen das Rascheln von Papier, das leise, gleichmäßige Atmen jener, die in ihren Sesseln eingeschlafen waren, oder das Quietschen schwerer Möbel waren zu hören. Ich selbst hätte mich in diesem Club zu Tode gelangweilt. Ohne den Austausch mit anderen, ohne eine gepflegte Partie Pool oder eine runde Whist, wäre für mich ein Clubleben völlig undenkbar gewesen. Holmes und ich hatten den Diogenes-Club schon häufiger besucht, daher kannte uns der Butler, der an jenem Paar geöffnete und uns mit einem Nicken hineinbad. Ihr Bruder hat sie und ihren Begleiter bereits angekündigt. Drei Personen zum Dinner, nicht wahr? fragte er, nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. So ist es, bestätigte mein Freund. Ich nehme an, mein Bruder ist bereits eingetroffen? Nein, Sir. Offenbar verspätet sich Mr. Holmes. Wenn Sie mir bitte folgen würden, dann geleite ich Sie zu Ihrem Tisch. Ein Sherry, während Sie warten? Ein Sherry wäre gut, stimmte ich zu, doch Holmes verneinte. Ich sah, dass er eine Braue nach oben gezogen hatte. Demnach missfiel ihm die Verspätung seines Bruders. Vielleicht wurde er im Büro aufgehalten, schlug ich vor. Oder es sind neue Entwicklungen zu erwarten. Holmes schaute mich nachdenklich an. Mycroft ist ein sehr methodischer Mensch, Watson, sagte er schließlich. Sehr viel methodischer als ich. Wäre er nicht derart phlegmatisch, er wäre ein hervorragender Ermittler. Doch leider ist er dafür viel zu träge. Sie meinen, würde er sich verspäten, so hätte er es uns wissen lassen. Zumindest der Butler des Clubs hätte uns ausrichten lassen, wann wir mit Mycroft zu rechnen haben. Wir nahmen an dem uns zugedachten Tisch Platz. Er befand sich in der hintersten Ecke des Clubs, weit weg von den kleinen Einzeltischen, die der Speisesaal des Clubs bot. Nur selten brachten Clubmitglieder Gäste mit. Es war nicht gerne gesehen, wenn auch nicht rundweg verboten. Hin und wieder musste es sein, denn auch Politiker von Rang und Namen zählten zu den Mitgliedern. Und diese, so sehr sie die Einsamkeit auch schätzten, mussten hin und wieder mit Abgeordneten, den Adligen des Landes oder ausländischen Gästen dinieren. Der Diogenes-Club bot mit all seiner Ruhe und dem gediegenen imperialen Ambiente ohne Zweifel eine hervorragende Kulisse für wichtige Gespräche jenseits offizieller Tagesordnungspunkte. Ich genoss einen trockenen Cherry und noch immer traf Mycroft nicht ein. Holmes, das spürte ich, wurde zunehmend unruhig. Schließlich, als die schwere Uhr bereits neun schlug und Mycroft noch immer nicht eingetroffen war, sprang Holmes auf. Watson, wir gehen. Ich kann nicht länger tatenlos sitzenbleiben, wo das Unheil doch seit fast einer Stunde drohend vor meinem inneren Auge erscheint, wie Marleys Geist dem guten Scrooge. Sein Ausbruch lenkte die Blicke der dinierenden Club-Mitglieder auf uns. Einige musterten uns mit unverholener Missbilligung, einer ließ sogar ein »Scht« hören, als Holmes ein wenig zu laut seinen Stuhl an den Tisch schob. Dem Butler trug Holmes auf, uns unverzüglich eine Nachricht zukommen zu lassen, sollte Mycroft eintreffen. Dann waren wir auch schon auf der Straße und ich sah meinen Freund an Brougham heranwinken. »Versuchen wir es in seinem Büro oder zu Hause?« fragte ich Holmes, nachdem auch ich die Droschke bestiegen und die Tür geschlossen hatte. »In seinen Räumen.« Zu dieser späten Stunde hält sich niemand mehr in jenen Abteilungen auf, in denen Mycroft all sein Wissen und Können zum Einsatz bringt. Ich wusste inzwischen, dass Mycroft Holmes eine Schaltstelle zwischen den Ministerien bildete. Ein Mann, der Fakten sammeln, einordnen und daraus Schlüsse ziehen konnte. So blieben die Wege kurz, denn die Abteilungen konnten Mycrofts Wissen und seine Gabe nutzen, bestimmte Entwicklungen oder Abläufe allein aus den ihnen bekannten Fakten abzuleiten. Sie erreichten die Wohnung gegen halb zehn. Sie lag in tiefster Finsternis. Kein Licht brannte hinter den Fenstern und die Laterne vor dem Haus war nicht in Betrieb. Holmes schenkte ihr einen besorgten Blick, ehe er mit seinem Stock das kleine Törchen aufstieß, welches zu einem gepflegten Fußweg führte. Rechts und links davon erstreckte sich ein Beet mit Pflanzen, ehe sich diesem eine Rasenfläche anschloss, die bis zur Grundstücksgrenze lief. Ich beschreibe dies so ausführlich, da es für den Fortgang der Geschichte von großer Wichtigkeit ist. Der Monat Mai war fast vorüber, nur noch wenige Tage, bis der Juni über das Land kam. Auch wenn die Temperaturen bereits sehr mild waren, gar warm an manchen Tagen, war der Rasen nicht völlig trocken. Erst zwei Tage zuvor hatte es geregnet, ein kurzer Schauer, bevor der Himmel aufklarte. Der Garten hatte das Wasser aufgesogen und noch hatte die Sonne nicht genug Kraft, um das Gras binnen kurzer Zeit zu trocknen. »Watson, wir kamen an einem Konstabler vorbei, die Straße hinunter. Holen Sie ihn und sagen Sie ihm, dass es wichtig ist.« »Sind Sie sicher?«, fragte ich erstaunt. »Noch hatte ich nicht den kleinsten Anhaltspunkt darauf gefunden, dass etwas nicht stimmte.« »Sie meinen, es ist so ernst?« »Ich fürchte, es ist toternst, mein Freund.« »Also eilen Sie, denn jede Minute kann Mycrofts Verderben bedeuten.« Es war das erste Mal, dass ich Sherlock Holmes in solch ernster Besorgnis um seinen Bruder sah. Eine Besorgnis, wie ich sie bisher selten bei ihm gesehen hatte. Nur einmal, ein einziges Mal, war er ähnlich besorgt gewesen. Damals hatte mich der lange Schrecken von Wien erwischt, und ich lag drei Tage da nieder. Aber dies ist eine andere Geschichte, die vielleicht an anderer Stelle erzählt werden wird. Da ich meinem Freund vertraute, kam ich seiner Aufforderung nach. Ich eilte gemessenen Schritts die Straße hinab, sah den Konstabler an einer Laterne lehnen und winkte ihn herbei. Es genügte ihm, meinen Namen zu nennen und auch den von Holmes, und schon folgte er mir ohne weitere Fragen. Als wir das Haus von Mycroft Holmes erreichten, sahen wir meinen Freund bereits auf dem Weg, der vom Törchen zur Tür führte. Er ging tief nach vorne gebeugt, um nur ja keine Spur zu übersehen oder gar zu zerstören. »Nein, bleiben Sie!«, rief er uns zu, als wir ihm folgen wollten. Er machte zwei sehr lange Schritte, erreichte das Törchen und ließ sich die Laterne des Polizisten reichen. Anschließend begann er erneut, den Weg nach Spuren abzusuchen. Doch er fand keine. Weder Asche einer Zigarette noch den Abdruck eines Schuhs oder ein sonstiges Indiz, welches einen zweiten Blick wert gewesen wäre. Wir schauten dem Treiben schweigend zu. Auch wenn ich einmal mehr das Gefühl hatte, Holmes würde sich vor meinen Augen in einen perfekt ausgebildeten Spürhund verwandeln. Schließlich stand er vor der Tür. Ich sah ihn einen Schlüsselbund aus der Tasche nehmen, dann aber innehalten und die Tür mit seinem Stock nach innen stoßen. Sofort schwang sie nach innen und gab den Weg in ein tintenschwarz-dunkles Haus frei. Holmes leuchtete vorsichtig in das Innere, neigte den Kopf zur Seite und bedeutete uns, ihm zu folgen. Er bestand jedoch mahnend darauf, keinesfalls den Weg zu verlassen, was auch immer geschehe. Sowohl die Beete als auch der Rasen waren vorerst tabu, so sagte er. Als wir schließlich neben ihm standen, leuchtete Holmes erneut in das Haus. Und dort, im Gang unmittelbar hinter der Tür, lag eine ältere Frau, die toten Augen blicklos zur Decke gerichtet. »Geben Sie Alarm«, sagte Holmes leise. »Ein Mord ist geschehen, und dann helfen Sie mir, das Haus zu durchsuchen. Sollten wir Mycroft nicht finden, so wurde er aller Voraussicht nach entführt, und das ist bei seinem Wissen um heikelste Regierungsangelegenheiten schlimmer, als habe man den Premier persönlich entführt.« Der Beamte erbleichte, bevor er mehrfach in seine Trillerpfeife stieß. »Schlimme Sache, Holmes! Sehr schlimme Sache!« Restrat wischte sich mit einem Stofftaschentuch über die Stirn. »Eine Leiche ist schon tragisch. Doch wenn ein Mitarbeiter der Regierung verschwindet...« Er blickte meinen Freund an. »Sie kennen die Tote?« »Miss Martha Walker. Sie befand sich seit vielen Jahren in Diensten meines Bruders«, erwiderte Holmes. »Wir hatten das Haus gründlich durchsucht und dabei verschiedene Dinge bemerkt. Zum einen war Mycroft Holmes nicht zu finden gewesen. Selbst der geheime Raum, den er vor einigen Jahren hatte anlegen lassen, war verwaist gewesen. Dann war da ein völlig verwüstetes Büro im Obergeschoss des Hauses. Papiere durchwühlt, Schubladen aus einem alten Schreibtisch und die Türen eines Schränkchens aufgebrochen. Das Wohnzimmer hingegen wies Spuren eines Kampfes auf, ein Sessel war umgekippt, ein tiefer Kratzer wohl von einem langen Messer im Tisch und mehrere Bilder von der Wand gefegt. Zudem hatte Holmes auf dem Teppich, an der Tür und auch im Gang Blut gefunden. Da die tote Haushälterin kaum geblutet hatte, ein Messer steckte tief in ihrer Brust und hatte den Tod herbeigeführt, gleichzeitig aber auch das Blut im Leib gehalten, musste es von einer weiteren Person stammen. Sah man sich das Wohnzimmer, musste man hier bei unwillkürlichen Mycroft Holmes denken. »Ich habe veranlasst, dass sowohl im Hafen als auch auf den Bahnhöfen nach ihrem Bruder gesucht wird,« sagte Lestrade, und er klang sehr viel amtlicher, als er es normalerweise in unserer Gegenwart war. Früher, als er noch mit Holmes wetteiferte, war dies häufiger vorgekommen. Aber inzwischen hatte er erkannt, dass er Holmes nicht das Wasser reichen konnte und war uns ein Freund geworden, der hin und wieder zu Besuch kam, um uns von seinen laufenden Fällen zu berichten. Hin und wieder gab ihm Holmes einen Tipp, meist blieb es jedoch bei lockerer Plauderei. Hörer meiner Fälle werden sich erinnern, dass sich Ähnliches bereits im Fall der Sechs Napoleons schrieb. »Zu spät!«, erwähnte Holmes, und er klang zornig. Nicht auf Lestrade oder jemand anderen, sondern zornig auf sich. Mycroft hat die Angewohnheit, gegen fünf das Büro zu verlassen. Er traf gegen halb sechs hier ein, und ich denke, dass die oder der Verbrecher bereits auf ihn warteten. »Woraus schließen Sie das?«, wunderte ich mich. »Verschiedenes, aber dazu später mehr.« Holmes schlug unwirsch mit dem Stock auf den Boden. »Als ich um acht ahnte, dass etwas nicht stimmt, war es bereits zu spät, und ich ließ noch einmal eine Stunde vergehen. Ein kapitaler Bock, meine Herren, den ich mir da geleistet habe.« Er ging zu einem jungen Konstabler, der das Haus bewachen würde. »Sorgen Sie dafür, dass niemand, wirklich niemand, den Rasen betritt. Auch das Haus möchte ich bei Sonnenschein genau unter die Lupe nehmen. Wir werden um sieben hier sein.« Lestrade, der Holmes begleitet hatte, nickte dem Konstabler zu. »Diesen Fall würde Holmes lösen, koste es, was es wolle.« Das wussten der Inspektor und ich. Und ja, im Grunde wusste es jeder, der in Holmes hageren, aristokratischen Zügen den puren Willen las, seinem Bruder zur Hilfe zu eilen. Nach einer sehr kurzen Nacht Holmes hatte noch bis in den frühen Morgen im Wohnzimmer gesessen und über die Ereignisse nachgedacht, während ich mich unruhig im Schlaf wälzte, fanden wir uns wieder am Ort des Geschehens ein. Natürlich trieb auch mich die Sorge um Mycroft an, doch was mich in jener zurückliegenden Nacht sehr viel mehr schockiert hatte, war die Tatsache, wie leicht ein Mensch Opfer eines Verbrechens werden konnte. Und das hier, in London, in einem guten Viertel weit weg von dem East End mit all seinen Dramen und Verbrechen. Holmes grüßte den jungen Konstabler, ehe er sich ohne weitere Verzögerung ans Werk machte. Zuerst nahm er die Beete rechts und links des Weges in Augenschein, anschließend kam der Rasen an die Reihe, erst die rechte Seite, dann die linke. Hin und wieder hielt er inne und fertigte Notizen an, ehe er seine Suche fortsetzte. Das trat war noch nicht am Tatort erschienen und so gesellte sich der junge Konstabler, laut Namensschild auf seiner Brust ein gewisser R. Marx zu mir mit der Frage, was genau Holmes da täte. Ich sagte ihm, dass Holmes auf seine effiziente Art und Weise Spuren sichern würde, Spuren, die den meisten Menschen entgehen würden. Oft erntete ich bei solchen Gelegenheiten Unverständnis, gingen Polizisten doch völlig anders an die Sache heran. Marx jedoch schien sich die Methode meines Freundes einzuprägen. Mehr noch, er schien zu verstehen, was genau Holmes da tat. Dieser richtete sich nach gut einer halben Stunde auf und deutete auf die Tür. Demnach hatte er seine Spurensuche im Garten abgeschlossen und wollte diese nun im Haus fortsetzen. Sie folgten ihm ins Innere und während Holmes seine Arbeit im Obergeschoss begann, betrat Marx das Wohnzimmer. Ich hingegen begab mich ebenfalls die Treppe hinauf, um Holmes zur Seite zu stehen, sollte dies notwendig werden. Wieder verwandelte er sich in jenen Spürhund, der schon so viele Spuren, so viele Hinweise entdeckt und mit ihnen so viele Verbrecher überführt und an den Galgen gebracht hatte. Gleichzeitig hatte Holmes jedoch dort Gnade gezeigt, wo ein Urteil nur noch größeres Unrecht hervorgerufen hätte. »Sehen Sie hier, Watson«, sagte mein Freund, während er sich im Arbeitsraum seines Bruders umschaute. »Wir haben Abdrücke von zwei verschiedenen Personen.« Er deutete auf die Schuhabdrücke, die sich auf dem Boden deutlich abzeichneten. »Die Einbrecher gelangten durch das Fenster zur Küche ins Haus. Sie überraschten die Haushälterin und töteten sie, jedoch nicht dort, wo sie gefunden wurde.« Er schaute sich um. Anschließend kamen sie hier hinauf und begannen mit der Suche nach etwas Bestimmtem. Sie ließen Wertgegenstände liegen. Es ging ihnen nicht um Raub. Das steht fest. Er bückte sich, hob etwas auf und betrachtete es. »Hallo, hallo, hallo! Was haben wir denn hier?« Er hielt sein Fundstück in die Höhe und ich konnte sehen, dass es sich um einen Knopf handelte, wie man ihn an Hemden fand. »Das ist ein wichtiges Indiz. Sehen Sie?« Ich besah mir den Knopf näher. »Vier Löcher, wulstiger Rand. Beachten Sie das Material,« sagte er leise. »Ich kann es nicht erkennen,« gab ich zu. »Holz?« »Hirschhorn,« widersprach er. »Nicht billig. Der Knopf zu zehn Schilling. Ein Hemd nicht unter einem Pfund. Also sind unsere Einbrecher keine armen Schlucker,« schloss ich. »Nein. Und doch landete das gute Stück hier auf dem Boden und sein Besitzer machte sich des Mordes und der Entführung schuldig.« Holmes steckte den Knopf ein. »Sie sind sicher, dass er nicht Ihrem Bruder gehört?« »Wollte ich wissen.« »Er könnte ihn verloren haben.« »Hätte ihn mein Bruder verloren, wäre er von seinem Mädchen gefunden worden. Schauen Sie sich um. Abgesehen von den Papieren und den ausgeleerten Schubladen ist es hier überaus ordentlich.« Er setzte seine Suche fort, fand aber nichts weiter und verließ das Arbeitszimmer schließlich mit nur einem Pfundstück. Auf dem Weg hinab zeigte er mir die Spuren der beiden Männer auf der Treppe. »Einer von ihnen ist groß, der andere deutlich kleiner. Der größere der beiden ist zudem leichter, während der kleinere Probleme mit seinem Fuß hat. Er kann ihn nicht vollends aufsetzen.« »Ich nehme an, das haben die Spuren ergeben?« fragte ich vorsichtig. »Jene im Gras. Man sieht deutlich, dass der kleinere seinen rechten Fuß kaum aufsetzte. Ich denke, er wird hinken. Kein angeborenes Leiden, sondern ein Unfall, wie ich vermute. Aber das ist ein langer Schuss. Wir erreichten das Erdgeschoss und betraten die Küche. Das Fenster zum Garten war eingeschlagen worden. Wir sahen die Glasscherben auf dem Boden und einer Anrichte. Auch entdeckten wir ein Stück von einem Kartoffelsack. Es lag achtlos neben dem Fenster. Hiermit schlug einer der beiden das Fenster ein. Ich nehme an, er wickelte sich den Stoff um die Hand und schlug einmal zu, dicht neben dem Griff, um das Fenster zu öffnen. Das Geräusch muss die Hausdame angelockt haben. Holmes deutete auf einen kleinen Blutfleck auf dem Boden direkt bei der Tür. Hier ereilte sie ihr Schicksal. Ein Stich in die Brust. Der Mörder traf vermutlich das Herz, ehe er den toten Leib auffing und ablegte. Etwas Blut floss aus der Wunde, mehr aber nicht. Das Messer steckte bis zum Heft in ihrer Brust, erinnerte ich mich. Kein Wunder, dass nicht mehr Blut floss. Exakt, bestätigte Holmes. Ein letzter Beweis für meine Theorie. Er deutete auf eine Arbeitsplatte unter dem Fenster. Deutlich sah man darauf die Abdrücke von zwei Paar Schuhen. Wir verließen die Küche und betraten das Wohnzimmer. Hier trafen wir Marx, der bereits damit begonnen hatte, seinerseits das Zimmer auf Spuren abzusuchen. Holmes betrachtete ihn mit mildem Interesse, zumal Marx ihn zu imitieren schien. Etwas gefunden? fragte mein Freund ironisch. Stanley Hopkins hätte er vermutlich gewähren lassen, doch diesen jungen Konstabler wollte er so rasch wie möglich aus dem Zimmer haben, damit er es professionell untersuchen konnte. Braune Haare, erwiderte Marx. Ich fand sie dort, wo sich der erste Blutfleck befindet. Da sowohl ihr Bruder als auch seine Haushälterin graue Haare haben, müssen diese einem der beiden Täter gehören. Holmes hob eine Braue. Noch etwas? Fußspuren, die sich jedoch bereits im Gang und auf der Treppe zeigen. Ich glaube... Er wurde rot. Sie glauben? hakte Holmes nach. Ich glaube, der rechte Fuß des kleineren Ganoven ist krank. Holmes schaute mich an. Watson, was sagen Sie dazu? Dieser junge Konstabler hier sieht mehr als all seine Vorgesetzten zusammen. Er legte Marx die Hand auf die Schulter. Sehr gut. Und nun schauen Sie sich an, was ich fand. Damit reichte er dem jungen Beamten den Knopf. Er lag auf dem Boden, zusammen mit Papieren und anderen persönlichen Dingen meines Bruders. Hirschhorn sinnierte Marx kaum, dass er den Knopf sah. Er lag unter den Papieren? Holmes nickte. Wüssten wir, wie ordentlich die Angestellte war, könnten wir sagen, ob er ihrem Bruder oder einem der Verbrecher gehörte. Junger Freund, lassen Sie sich eines sagen. Wenn Sie weiterhin so gute Arbeit leisten und sich nicht von den simplen Schema der Kollegen einfangen lassen, werden Sie Ihren Weg gehen. Dieser Knopf gehörte einem der Verbrecher, denn ich kenne die Gewohnheiten der Toten. Nachdem er Constable Marx auf die Schulter geklopft hatte, machte er sich an die Untersuchung des Raumes. Auch hier hielt er von Zeit zu Zeit inne, machte sich Notizen oder dachte sekundenlang nach, bevor er in seiner Untersuchung fortfuhr. Fasziniert wartete ich ab, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Schließlich, nach mehr als einer halben Stunde, beendete Holmes seine Untersuchungen. Ich habe dem Raum entnommen, was er zu bieten hatte. Die Abläufe sind klar, doch das hilft uns im Moment nicht weiter, da wir weder Motiv noch Täter kennen. Und wie sind die Abläufe? fragte Lestrade, der just in diesem Moment eintrat. Holmes schaute zu Marx. Wollen Sie Ihrem Vorgesetzten berichten, wie sich die Dinge zutrugen? Lestrade blickte zu dem jungen Constabler. Er? Haben Sie es ihm bereits gesagt? Ich denke, er weiß es, ohne dass ich es ihm sage. Er verfügt über eine scharfe Beobachtung. Also dann, Junge, raus damit, rief Lestrade. Er gab sich sehr viel geduldiger und leutseliger, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen war. Marx wiederholte, was mir Holmes zuvor berichtet hatte. Auch ihm war aufgefallen, wie die Ganoven ins Haus gelangten und wo die arme Haushälterin ihr Ende gefunden hatte. Anschließend, so fuhr er fort, durchsuchten sie entweder das Wohnzimmer oder das Büro im ersten Stock, ehe Mr. Holmes nach Hause kam, sie ihn überwältigten und mitnahmen. Sie durchsuchten erst das Wohnzimmer, dann das Büro, warf Holmes milde ein. Die Abdrücke sind im Wohnzimmer deutlicher als auf der Treppe und im ersten Stock. Richtig, Marx wurde rot. Gute Arbeit, lobte Lestrade seinen Untergebenen. Dein Vater war Andrew Marx? Der Beamte nickte. Lestrade nickte, wandte sich dann aber an uns. Weder die Beamten am Hafen noch auf den Bahnhöfen der Stadt konnten etwas Ungewöhnliches vermelden. Sollte er uns wirklich durch die Lappen gegangen sein, dann ist er nun vielleicht auf dem Kontinent oder auf dem Weg zu den Kolonien, sagte Holmes bitter. Der Premierminister ließ uns ausrichten, dass das Auffinden von Mycroft Holmes höchste Priorität zu genießen habe. Kein Fall sei wichtiger, auch nicht jener des Diamanten der Gräfin Augusta von Hohenheim. Sie sagten ihm, dass ich an den Untersuchungen beteiligt bin? fragte Holmes. Gewiss, dies schien den Premierminister zu beruhigen. Er sagte, sie hätten ihn in der Vergangenheit nie enttäuscht und sie werden ihn nun, da es um ihren Bruder geht, ebenfalls nicht enttäuschen. Ich wünschte, ich könnte die Zuversicht des Premierministers teilen, sagte Holmes und man spürte ihm die Anspannung an, unter der er stand. Leider sind die Fakten durr und das Motiv ist uns völlig unklar. Er schaute sich noch einmal um. Ich denke nicht, dass wir hier entscheidende Spuren sichern. Damit nickte er Marx und Lestrade zu. Was werden sie nun tun? fragte der Inspektor nach ein paar Sekunden. Ich würde versuchen, ein paar Worte mit dem Premierminister zu wechseln und ihn fragen, woran Mycroft zur Zeit arbeitete, möglich, dass wir so zum möglichen Motiv kommen. Musik 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 Wir haben Wir haben einen Knopf, wir haben Haare und wir wissen, dass der kleinere der beiden, ich denke, er hat Schuhgröße 44, vielleicht auch 43,5, auf dem rechten Fuße hinkt. Das wird uns helfen, wenn wir ein paar Verdächtige in die engere Wahl nehmen. Bis dahin können wir es lediglich im Hinterkopf behalten und darauf hoffen, dass es uns am Ende nutzt. Wir hatten unsere Wohnung in der Baker Street wenige Minuten zuvor betreten und während ich in einen Sessel sank, nahm Holmes am Schreibtisch Platz und griff nach den Vordrucken für Telegramme. Wem schreiben Sie? Ich bitte den PM uns einen Termin für ein kurzes Gespräch zu geben. Weiterhin möchte ich eine Annonce aufgeben. Ich hoffe, dass sie uns hilft. Während er schrieb, ließ ich bereits Billy kommen. Die stets erschien der Bursche mit einem frischen Lächeln auf den Lippen war ordentlich gekleidet und gepflegt. Billy tat Holmes gut, auch wenn er ursprünglich als Spage engagiert worden war. Doch hatte Holmes hin und wieder auf Billys Mithilfe bei Fallon zurückgegriffen, während ich ihn Lebensstil war seiner Gesundheit nicht zuträglich und so erinnerte Billy seinen Herrn hin und wieder daran, wie wertvoll ich regelmäßige Mahlzeiten erachtete. Nun wartete der Bursche, bis Holmes seine Schreiben aufgesetzt hatte. Anschließend eilte er davon, um die verschiedenen Dinge zu erledigen. Ich hoffe, all unsere Bemühungen führen zu einem positiven Ergebnis, sagte Holmes und erneut stand ihm die Besorgnis ins Gesicht geschrieben. Ich hatte ihn nie als familiären Menschen gesehen und seinem Verhältnis zu seinem Bruder hatte stets etwas Kühles angehaftet. Nun aber war hiervon nichts mehr zu spüren. Vielleicht hatte auch die Zeit von Holmes verschwinden die beiden Brüder näher zusammengebracht. Schließlich war es Mycroft gewesen, der Holmes in dieser Zeit unterstützte und auch dessen Wohnung finanzierte. Sie haben so vielen Menschen helfen können, erwiderte ich, dass es doch schier undenkbar ist, dass sie ihrem Bruder nicht helfen können. Undenkbar vielleicht, aber nicht unmöglich. Das Verbrechen geschah in aller Stille und zeitlich so gut getimt, dass die Verbrecher einen großen Vorsprung hatten. Wer immer dahinter steckt, er weiß genau, was er tut. Würde Professor Moriarty noch leben, so hätten wir unseren Verdächtigen, sagte ich leicht hin, aber mit zerschmettertem Körper auf dem Grund der Reichenbach-Fälle ruhend, lässt sich schlecht ein großes Verbrechen planen. Das ist wahr, bestätigte Holmes. Bei Moriarty wüsste man nicht einmal, ob die Entführung das eigentliche… Holmes verstummte, während er in seinen Sessel sank und die Augen schloss. Offenbar war ihm ein Gedanke gekommen, eine neue Idee, die er nun gedanklich verfolgte. Vielleicht hätte er noch einige Stunden in diesem Sessel gesessen und gegrübelt, wäre nicht Billy nach knapp einer halben Stunde zurückgekehrt, in der Hand ein Paket. Er ließ uns wissen, dass er auf der Schwelle einen Boten getroffen hatte, der ihm das Paket in die Hand gedrückt hatte. Für Mr. Sherlock Holmes mit den besten Grüßen. Neugierig nahm Holmes seinen Brieföffner zur Hand, durchtrennte die Kordel, mit der das simple braune Packpapier um den ebenso simplen braunen Karton gebunden worden war. Als er den Deckel hob, wich Billy mit einem Ausdruck größten Schreckens zurück und auch mir schien das Herz zu stocken. Denn dort auf einem Bündel Holzwolle lag ein abgetrennter Finger. Ein blutbefleckter Zettel lag anbei. Sehr geehrter Mr. Holmes, Ihr Bruder war höchst unerfreut, als ich ihm diesen Finger abtrennte. Ich schwöre hier und jetzt, dass er jeden weiteren Tag, den sie nach ihm suchen, einen solchen Finger einbüßen wird. Und sollten ihm die Finger ausgehen, so hat er noch zehn Zehen, zwei Ohren und eine Nase. Mischen sie sich nicht in unsere Angelegenheiten. Lassen sie die Sache auf sich beruhen und ihr Bruder wird dieses kleine Spiel überleben und am Ende zu ihnen zurückkehren. Mit vorzüglicher Hochachtung JLM. Ich blickte in Holmes Gesicht und ich schwöre, dass ich niemals einen solchen Schrecken in seinen Zügen las, wie just in diesem Moment. Ende des ersten Teils waren zu schrecken zusammen nach Om Sai Ram Om Sai Jai Sai Om Sai Jai Sai Om Sai Jai Sai Jai Sai Om Sai Jai Sai Jai Sai Om Sai Ram Om Sai Ram Om Sai Jai Sai Jai Sai Omsai 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 Om Sai, Jai Sai, Jai Jai Sai. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. Die ganze Geschichte begann, wie es einige der bemerkenswertesten Fälle taten, mit einem Telegramm. Mrs. Hudson überreichte es mir, da es sich eingebürgert hatte, dass ich all jene Post entgegennahm, die an uns beide adressiert war. War der Brief oder das Telegramm für Holmes von Interesse, so las ich es ihm vor. Wenn nicht, legte ich es ab oder übergab es den Flammen des Ofens, je nachdem. »Hören Sie nur, Holmes«, rief ich aus, nachdem ich den Text gelesen hatte. »Ihr Bruder Mycroft lädt uns zum Dinner in den Diogenes Club. »Morgen Abend, 19 Uhr. Wir sollen pünktlich sein.« »Interessant«, sagte Holmes. »Offenbar ist es uns nicht vergönnt, den plötzlich errungenen Reichtum in Frieden zu genießen, wie?« Ich stimmte ihm zu. Auch mich stimmte der Gedanke an den Scheck, welcher der Duke of Holderness wenige Tage zuvor ausgestellt hatte, noch immer froh. Auf meinem Konto lag nun mehr Geld, als ich jemals zu besitzen gehofft hatte. Ein hübsches Sümmchen, mit dem sich so manch ein Urlaub und auch die eine oder andere Anschaffung bestreiten ließen, ohne dass ich mir jemals wieder Sorgen um das Einkommen machen musste. Erst wenige Tage zuvor waren wir aus Mackleton zurückgekehrt. Sir Saltyre hatte jedem von uns einen Scheck über 6.000 Pfund ausgestellt, da wir seinen entführten Sohn nicht nur gefunden, sondern die Schuldigen auch hatten benennen können. Holmes besaß damit jenes Geld, welches er zur Verwirklichung seiner Pläne benötigte. Ein Haus im Grünen, eine kleine Bienenzucht und eine Haushälterin, die ihm das Leben dort erleichterte. All das plante er, und ich wusste, dass die längste Zeit unserer Partnerschaft bereits hinter uns lag. Ich selbst hatte noch keine Pläne, wie mit dem Geld zu verfahren sei. Es lag auf der Bank und würde mir ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Vielleicht dem einen oder anderen Freund medizinische Hilfe angedeihen lassen, sonst aber die wunderbare Stadt genießen, in der wir lebten. Ein Telegramm von Mycroft, das wusste ich, ohne über Holmes exzellente Fähigkeiten im Bereich der Deduktion zu verfügen, würde uns jedoch vorerst davon abhalten, dem Müßiggang zu frönen. »Schreibt er, worauf sich diese Einladung begründet?«, fragte Holmes. »Schließlich ist mein Bruder nicht gerade für seine Geselligkeit bekannt.« »Er deutet lediglich an, dass er Geschäftliches zu besprechen wünsche. Details erwähnt er jedoch nicht.« Holmes nahm in seinem Sessel Platz und griff nach den Zeitungen. »Mal sehen, ob sich eine Staatskrise anbahnt, die wir mit unseren bescheidenen Kräften abzuwenden imstande sind.« »Ein in der Presse ungenanntes Regierungsmitglied steht im Verdacht, Geheimnisse an eine ausländische Macht verraten zu haben, warf ich ein. Wie so oft hatte ich die Zeitungen bereits gelesen und kannte die pikanten oder auch potenziell für uns interessanten Geschehnisse. Holmes las die Zeitungen oftmals später oder, wenn ihn ein Fall beschäftigte, auch gar nicht. So kam es, dass ich ihm bereits mehrfach hatte Informationen liefern können, welche in den Zeitungen schon diskutiert wurden. »Glauben Sie, dass Mycroft darüber mit uns sprechen möchte? Er kann auf die Geheimpolizei zurückgreifen, falls er hierzu Informationen benötigt,« warf Holmes ein. »Damit haben Sie sicherlich recht, aber bedenken Sie, dass die Regierung nun schon mehrfach um unsere Hilfe bat. Wer weiß, was aus den Bruce-Partington-Papieren geworden wäre, hätte man sie nicht mit der Lösung des Falls betraut. Oder der Umschlag, der aus dem Depeschen-Koffer eines Ministers verschwand.« Holmes lächelte bei der Erinnerung an diese Episoden. »So gesehen haben Sie recht,« gab er zu. »Sonst noch etwas?« »Die Gräfin von Winslow beschuldigt einen gleichsam ungenannten Minister, sich ihr bei einem Ball ungebührlich genähert zu haben.« Holmes schnaubte. »Das dürfte keinesfalls etwas sein, womit sich mein Bruder befasst, und ganz sicher würde er uns deswegen nicht kontaktieren.« Ich dachte nach. »Dann bleibt nur noch die Affäre um den verschollenen Diamanten der Gräfin Augusta von Hohenheim.« »Augusta von Hohenheim?«, fragte Holmes. »Eine Nichte des Königs von Böhmen. Sie ist derzeit Gast der Regierung und bewohnt einige Räume hier in Kensington.« »Das ist interessant,« sinnierte Holmes. »Möglich, dass Mycroft meinen Namen ins Spiel brachte. Beschuldigt die Gräfin ihren Gastgeber?« »Im Moment kann sich niemand einen Reim darauf machen, was genau geschehen ist,« erwiderte ich. »Der Diebstahl ereignete sich letzten Dienstag, also vor drei Tagen. Das Mädchen der Gräfin steht seit über zehn Jahren in deren Diensten und scheidet als Täterin wohl aus. Im Haus befanden sich zur Zeit des Diebstahls eine Köchin sowie ein Diener, beide mit bestem Läumund und schon lange in den Gästehäusern der Regierung tätig. Sie scheiden ebenfalls aus.« »Höchst bemerkenswert,« sinnierte Holmes. »Ich nehme an, Scotland Yard verfolgt noch keine Spur?« »Nein,« bestätigte ich. Lestrade wurde aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit mit dem Fall betraut, ohne aber bisher einen Schritt weitergekommen zu sein. Holmes legte zwei Finger an den Mund. »Das ist höchst interessant. Ich denke, wenn es um eine Affäre in Regierungskreisen geht, ist es das, worüber Mycroft mit uns sprechen möchte.« Er lächelte. Und dieses kalte, böse Lächeln galt nicht seinem Bruder, sondern jenem, der den Diamanten der Gräfin entwendet hatte. Der Diogenes-Club galt, und dieses durchaus bemerkenswert, als Club der ungeselligsten Männer Londons. Er war all jenen vorbehalten, die das Clubleben schätzten, gleichzeitig jedoch keinen Kontakt zu anderen Mitgliedern suchten. In den weitläufigen Räumen des Clubs saßen die Mitglieder in hohen, bequemen Sesseln und gingen ihren Beschäftigungen nach, ohne dass auch nur ein Wort gesprochen wurde. Man konnte Stunden dort verbringen und einzig geflüsterte Aufforderungen an den Butler oder dessen Erwiderungen unterbrachen das Rascheln von Papier, das leise, gleichmäßige Atmen jener, die in ihren Sesseln eingeschlafen waren, oder das Quietschen schwerer Möbel waren zu hören. Ich selbst hätte mich in diesem Club zu Tode gelangweilt. Ohne den Austausch mit anderen, ohne eine gepflegte Partie Pool oder eine Runde Whist, wäre für mich ein Clubleben völlig undenkbar gewesen. Holmes und ich hatten den Diogenes-Club schon häufiger besucht, daher kannte uns der Butler, der an jenem Paar geöffnete und uns mit einem Nicken hineinbad. Ihr Bruder hat Sie und Ihren Begleiter bereits angekündigt. Drei Personen zum Dinner, nicht wahr? fragte er, nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. So ist es, bestätigte mein Freund. Ich nehme an, mein Bruder ist bereits eingetroffen? Nein, Sir. Offenbar verspätet sich Mr. Holmes. Wenn Sie mir bitte folgen würden, dann geleite ich Sie zu Ihrem Tisch. Ein Sherry, während Sie warten? Ein Sherry wäre gut, stimmte ich zu, doch Holmes verneinte. Ich sah, dass er eine Braue nach oben gezogen hatte. Demnach missfiel ihm die Verspätung seines Bruders. Vielleicht wurde er im Büro aufgehalten, schlug ich vor, oder es sind neue Entwicklungen zu erwarten. Holmes schaute mich nachdenklich an. Mycroft ist ein sehr methodischer Mensch, Watson, sagte er schließlich. Sehr viel methodischer als ich. Wäre er nicht derart phlegmatisch, er wäre ein hervorragender Ermittler. Doch leider ist er dafür viel zu träge. Sie meinen, würde er sich verspäten. So hätte er es uns wissen lassen. Zumindest der Butler des Clubs hätte uns ausrichten lassen, wann wir mit Mycroft zu rechnen haben. Wir nahmen an dem uns zugedachten Tisch Platz. Er befand sich in der hintersten Ecke des Clubs, weit weg von den kleinen Einzeltischen, die der Speisesaal des Clubs bot. Nur selten brachten Clubmitglieder Gäste mit. Es war nicht gerne gesehen, wenn auch nicht rundweg verboten. Hin und wieder musste es sein, denn auch Politiker von Rang und Namen zählten zu den Mitgliedern. Und diese, so sehr sie die Einsamkeit auch schätzten, mussten hin und wieder mit Abgeordneten, den Adligen des Landes oder ausländischen Gästen dinieren. Der Diogenes-Club bot mit all seiner Ruhe und dem gediegenen imperialen Ambiente ohne Zweifel eine hervorragende Kulisse für wichtige Gespräche jenseits offizieller Tagesordnungspunkte. Ich genoss einen trockenen Cherry und noch immer traf Mycroft nicht ein. Holmes, das spürte ich, wurde zunehmend unruhig. Schließlich, als die schwere Uhr bereits neun schlug und Mycroft noch immer nicht eingetroffen war, sprang Holmes auf. Watson, wir gehen. Ich kann nicht länger tatenlos sitzen bleiben, wo das Unheil doch seit fast einer Stunde drohend vor meinem inneren Auge erscheint, wie Marleys Geist dem guten Scrooge. Sein Ausbruch lenkte die Blicke der dinierenden Club-Mitglieder auf uns. Einige musterten uns mit unverhohlener Missbelegung, einer ließ sogar ein »Scht« hören, als Holmes ein wenig zu laut seinen Stuhl an den Tisch schob. Dem Butler trug Holmes auf, uns unverzüglich eine Nachricht zukommen zu lassen, sollte Mycroft eintreffen. Dann waren wir auch schon auf der Straße und ich sah meinen Freund an Brauham heranwinken. »Versuchen wir es in seinem Büro oder zu Hause?«, fragte ich Holmes, nachdem auch ich die Droschke bestiegen und die Tür geschlossen hatte. »In seinen Räumen.« »Zu dieser späten Stunde hält sich niemand mehr in jenen Abteilungen auf, in denen Mycroft all sein Wissen und Können zum Einsatz bringt.« Ich wusste inzwischen, dass Mycroft Holmes eine Schaltstelle zwischen den Ministerien bildete. Ein Mann, der Fakten sammeln, einordnen und daraus Schlüsse ziehen konnte. So blieben die Wege kurz, denn die Abteilungen konnten Mycrofts Wissen und seine Gabe nutzen, bestimmte Entwicklungen oder Abläufe allein aus den ihnen bekannten Fakten abzuleiten. Sie erreichten die Wohnung gegen halb zehn. Sie lag in tiefster Finsternis. Kein Licht brannte hinter den Fenstern, und die Laterne vor dem Haus war nicht in Betrieb. Holmes schenkte ihr einen besorgten Blick, ehe er mit seinem Stock das kleine Törchen aufstieß, welches zu einem gepflegten Fußweg führte. Rechts und links davon erstreckte sich ein Beet mit Pflanzen, ehe sich diesem eine Rasenfläche anschloss, die bis zur Grundstücksgrenze lief. Ich beschreibe dies so ausführlich, da es für den Fortgang der Geschichte von großer Wichtigkeit ist. Der Monat Mai war fast vorüber, nur noch wenige Tage, bis der Juni über das Land kam. Auch wenn die Temperaturen bereits sehr mild waren, gar warm an manchen Tagen, war der Rasen nicht völlig trocken. Erst zwei Tage zuvor hatte es geregnet, ein kurzer Schauer, bevor der Himmel aufklarte. Der Garten hatte das Wasser aufgesogen, und noch hatte die Sonne nicht genug Kraft, um das Gras binnen kurzer Zeit zu trocknen. »Watson, wir kamen an einem Konstabler vorbei, die Straße hinunter. Holen Sie ihn und sagen Sie ihm, dass es wichtig ist.« »Sind Sie sicher?«, fragte ich erstaunt. »Noch hatte ich nicht den kleinsten Anhaltspunkt darauf gefunden, dass etwas nicht stimmte.« »Sie meinen, es ist so ernst?« »Ich fürchte, es ist toternst, mein Freund.« »Also eilen Sie, denn jede Minute kann Mycrofts Verderben bedeuten.« Es war das erste Mal, dass ich Sherlock Holmes in solch ernster Besorgnis um seinen Bruder sah. Eine Besorgnis, wie ich sie bisher selten bei ihm gesehen hatte. Nur einmal, ein einziges Mal, war er ähnlich besorgt gewesen. Damals hatte mich der lange Schrecken von Wien erwischt und ich lag drei Tage da nieder. Aber dies ist eine andere Geschichte, die vielleicht an anderer Stelle erzählt werden wird. Da ich meinem Freund vertraute, kam ich seiner Aufforderung nach. Ich eilte gemessenen Schritts die Straße hinab, sah den Konstabler an einer Laterne lehnen und winkte ihn herbei. Es genügte ihm, meinen Namen zu nennen und auch den von Holmes, und schon folgte er mir ohne weitere Fragen. Als wir das Haus von Mycroft Holmes erreichten, sahen wir meinen Freund bereits auf dem Weg, der vom Törchen zur Tür führte. Er ging tief nach vorne gebeugt, um nur ja keine Spur zu übersehen oder gar zu zerstören. »Nein, bleiben Sie!«, rief er uns zu, als wir ihm folgen wollten. Er machte zwei sehr lange Schritte, erreichte das Törchen und ließ sich die Laterne des Polizisten reichen. Anschließend begann er erneut, den Weg nach Spuren abzusuchen. Doch er fand keine. Weder Asche einer Zigarette noch den Abdruck eines Schuhs oder ein sonstiges Indiz, welches seinen zweiten Blick wert gewesen wäre. Wir schauten dem Treiben schweigend zu. Auch wenn ich einmal mehr das Gefühl hatte, Holmes würde sich vor meinen Augen in einen perfekt ausgebildeten Spürhund verwandeln. Schließlich stand er vor der Tür. Ich sah ihn einen Schlüsselbund aus der Tasche nehmen, dann aber innehalten und die Tür mit seinem Stock nach innen stoßen. Sofort schwang sie nach innen und gab den Weg in ein tintenschwarz-dunkles Haus frei. Holmes leuchtete vorsichtig in das Innere, neigte den Kopf zur Seite und bedeutete uns, ihm zu folgen. Er bestand jedoch mahnend darauf, keinesfalls den Weg zu verlassen, was auch immer geschehe. Sowohl die Beete als auch der Rasen waren vorerst tabu, so sagte er. Als wir schließlich neben ihm standen, leuchtete Holmes erneut in das Haus. Und dort, im Gang unmittelbar hinter der Tür, lag eine ältere Frau, die toten Augen blicklos zur Decke gerichtet. Geben Sie Alarm, sagte Holmes leise. Ein Mord ist geschehen und dann helfen Sie mir, das Haus zu durchsuchen. Sollten wir Mycroft nicht finden, so wurde er aller Voraussicht nach entführt und das ist bei seinem Wissen um heikelste Regierungsangelegenheiten schlimmer, als habe man den Premier persönlich entführt. Der Beamte erbleichte, bevor er mehrfach in seine Trillerpfeife stieß. »Schlimme Sache, Holmes! Sehr schlimme Sache!« Restrat wischte sich mit einem Stofftaschentuch über die Stirn. »Eine Leiche ist schon tragisch. Doch wenn ein Mitarbeiter der Regierung verschwindet...« Er blickte meinen Freund an. »Sie kennen die Tote?« »Miss Martha Walker. Sie befand sich seit vielen Jahren in Diensten meines Bruders,« erwiderte Holmes. »Sie sind die Tote, Sie hatten das Haus gründlich durchsucht und dabei verschiedene Dinge bemerkt. Zum einen war Mycroft Holmes nicht zu finden gewesen, selbst der geheime Raum, den er vor einigen Jahren hatte anlegen lassen, war verwaist gewesen. Dann war da ein völlig verwüstetes Büro im Obergeschoss des Hauses. Papiere durchwühlt, Schubladen aus einem alten Schreibtisch und die Türen eines Schränkchens aufgebrochen. Das Wohnzimmer hingegen wies Spuren eines Kampfes auf, ein Sessel war umgekippt, ein tiefer Kratzer wohl von einem langen Messer im Tisch und mehrere Bilder von der Wand gefegt. Zudem hatte Holmes auf dem Teppich, an der Tür und auch im Gang Blut gefunden. Da die Tote Haushälterin kaum geblutet hatte, ein Messer steckte tief in ihrer Brust und hatte den Tod herbeigeführt, gleichzeitig aber auch das Blut im Leib gehalten, musste es von einer weiteren Person stammen. Sah man sich das Wohnzimmer, musste man hierbei unwillkürlich an Mycroft Holmes denken. »Ich habe veranlasst, dass sowohl im Hafen als auch auf den Bahnhöfen nach ihrem Bruder gesucht wird«, sagte Lestrade, und er klang sehr viel amtlicher, als er es normalerweise in unserer Gegenwart war. Früher, als er noch mit Holmes wetteiferte, war dies häufiger vorgekommen. Aber inzwischen hatte er erkannt, dass er Holmes nicht das Wasser reichen konnte und war uns ein Freund geworden, der hin und wieder zu Besuch kam, um uns von seinen laufenden Fällen zu berichten. Hin und wieder gab ihm Holmes einen Tipp, meist blieb es jedoch bei lockerer Plauderei. »Hörer meiner Fälle werden sich erinnern, dass ich Ähnliches bereits im Fall der Sechs Napoleons schrieb. »Zu spät«, erwiderte Holmes, und er klang zornig. Nicht auf Lestrade oder jemand anderen, sondern zornig auf sich. Mycroft hat die Angewohnheit, gegen fünf das Büro zu verlassen. Er traf gegen halb sechs hier ein, und ich denke, dass die oder der Verbrecher bereits auf ihn warteten. »Woraus schließen Sie das?«, wunderte ich mich. »Verschiedenes, aber dazu später mehr.« Holmes schlug unwirsch mit dem Stock auf den Boden. »Als ich um acht ahnte, dass etwas nicht stimmt, war es bereits zu spät, und ich ließ noch einmal eine Stunde vergehen. Ein kapitaler Bock, meine Herren, den ich mir da geleistet habe.« Er ging zu einem jungen Konstabler, der das Haus bewachen würde. »Sorgen Sie dafür, dass niemand, wirklich niemand, den Rasen betritt. Auch das Haus möchte ich bei Sonnenschein genau unter die Lupe nehmen. Wir werden um sieben hier sein.« Lestrade, der Holmes begleitet hatte, nickte dem Konstabler zu. »Diesen Fall würde Holmes lösen, koste es, was es wolle.« Das wussten der Inspektor und ich. Und ja, im Grunde wusste es jeder, der in Holmes' hageren, aristokratischen Zügen den puren Willen las, seinem Bruder zur Hilfe zu eilen. Nach einer sehr kurzen Nacht – Holmes hatte noch bis in den frühen Morgen im Wohnzimmer gesessen und über die Ereignisse nachgedacht – während ich mich unruhig im Schlaf wälzte, fanden wir uns wieder am Ort des Geschehens ein. Natürlich trieb auch mich die Sorge um Mycroft an, doch was mich in jener zurückliegenden Nacht sehr viel mehr schockiert hatte, war die Tatsache, wie leicht ein Mensch Opfer eines Verbrechens werden konnte. Und das hier, in London, in einem guten Viertel weit weg von dem East End mit all seinen Dramen und Verbrechen. Holmes grüßte den jungen Konstabler, ehe er sich ohne weitere Verzögerung ans Werk machte. Zuerst nahm er die Bete rechts und links des Weges in Augenschein, anschließend kam der Rasen an die Reihe, erst die rechte Seite, dann die linke. Hin und wieder hielt er inne und fertigte Notizen an, ehe er seine Suche fortsetzte. Das trat war noch nicht am Tatort erschienen und so gesellte sich der junge Konstabler laut Namensschild auf seiner Brust ein Gewicht.